Zurück im Wassertempel bei Let's Play Dark Souls mit Brini. Wir haben zuletzt gemerkt, da oben hängt ein Kristall, da haben wir auch schon eine Bombe drangehängt. Da wart ihr hoffentlich dabei, wenn nicht, Schande über euch, schau euch den Part bitte an. Und jetzt werden wir hier rumtauchen und gucken, ob wir noch was übersehen haben, bevor wir versuchen weiter zu kommen. Also gut, da ist auch ein Kristall, ich denke mal, ich muss ja das Wasser ablassen, irgendwann. So viel weiß ich, glaube ich, noch. Die Frage ist nur noch, wie und wann und wo. So, alles klar, wie kommen wir vor allem wieder nach oben, auf die höheren Ebenen? Ich sehe hier nirgendwo Feuer, um die Bombe zu zünden. Da oben kommen wir her. Ich bin gerade ein wenig überfragt, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Schauen wir nochmal überall rein. Also gut, hier waren wir drin, alles klar. Da oben die Tür, die eingezeichnet ist, ist die, aus der wir ursprünglich gekommen sind. Und hier ist nochmal ein Weg, der geschlossen ist. Oh, da sind Feinde, aber ich glaube, da ist trotzdem nichts drin. Ah, doch, doch, doch. Da kommen wir nach oben. Me likey. So. Me gusta. Zack. Da sind böse Dämonen-Dinger, die aus der Wand wachsen. Und da kommen wir in den Raum zurück, in dem wir gerade eben waren. Ah, ja, genau. Hier haben wir jetzt einen Schalter. Mal schauen, was der genau tut. Zack, da kommt Feuer raus. Das sieht doch brauchbar aus. Da ist Feuer da drüben. Oh, und da ist ein Feind hinter uns. Bitch. Komm her. Aufknacken, aufessen. So. Don't fuck with me. Zack. Schatten, Klinge, Windmühlen, Technik, irgendwas draus. Ich weiß nicht mehr. So. Da ist Feuer. Da ist was, das eben entzündbar ist. Also, werden wir es anzünden. Sehr gut. Soviel dazu. Und dann schwingen wir uns mal hier oben auf das Kabel. Ja, also. Und werden daran rüberhangeln. So, so. Hangel, 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 hangel. Und dann lässt es uns fallen. So. Rutsch, rutsch, rutsch. So. Und wir müssen jetzt irgendwie das Feuer hier rüber kriegen, ne? Zack. Kommen wir so weit mit dem Wurf? Natürlich nicht. Das heißt, wir dürfen nochmal runterwärts. So. Dann markieren wir das und markieren das. So. Und dann werfen wir mal unsere Klinge los. Zack. Können wir direkt die Rutschung von hier aus das Ding anzünden? Dann muss da... Ne, okay, alles klar. Ich will mal auf B, dass den Ich-Schau-Mich-Um-Modus abbrechen, aber... Nochmal zur Erinnerung, es ist recht, dass die klicken, um in den Ich-Schau-Mich-First-Mäßig-Um-Modus zu kommen. Und dann nochmal rechts das Ding klicken, um rauszukommen. Aber ich drücke dauernd auf B. Darum mache ich dauernd diese komische Bewegung mit meiner Hand. Also Krieg macht sie, nicht ich. Ich sitze da und mache meine Hand nicht, außer das Gamepad halten und zocken. Krieg macht komische Bewegungen mit seiner Hand. Die ich ihm sozusagen auftrage. In gewisser Weise. Hüpf, hüpf, hüpf. Es sieht ja schon ein bisschen seltsam aus, wenn er das tut. Aber egal. Dann rutschen wir hier runter und können jetzt diese Bombe hier anzünden. Und sind dabei gefährlich nah an der Explosion dran. Ich weiß nicht, ob es uns so gut tun wird, aber... Like a bus. Bevor jetzt, um mich zu schreiben, es heißt like a bus. Ja, aber sucht mal nach like a bus. Ja, dann versteht ihr, was ich meine. So, Viecher überall. Ich denke mal, dass wir uns das sagen. Da ist eine Turbine. Da war ein kristallines Ding irgendwo, wo wir nicht durchkommen werden. Genau hier. So, da ist ein großes Loch mit Wasser. Da ist eine Kiste, aber die können wir direkt nehmen. So. Wir haben schon lange nicht mehr Vulcrim getroffen. Da drüben ist eine Kiste mit irgendwas drin. So. Ähm, da kommen wir nicht durch. Da kommen wir nicht durch. Wir können da rein. Aber wir kommen erstmal nicht da rüber. Egal, was wir versuchen. Ich meine, jetzt habe ich schon zigmal versucht, da rüber zu kommen. Also müssen wir erstmal hier runter. Ich glaube, ich habe sehr viel Zeit verbracht, da rüber zu kommen. Aber es hat nicht funktioniert. Hey, wir haben ein Artefakt gefunden. Und das Spiel hält es immer für Nüge, uns zu erklären, was ein Artefakt ist. Ähm. Komm jetzt hierher, Vieh. Ich will dich töten. So. Ähm. Okay. Umgucken. Da können wir hochklettern. An dem Bullshit. Und jetzt die Frage. Wo muss ich hin? Ich kann hier außen rumlaufen. Und komm hier wieder hier hin. Ah, da war noch der Gang, genau. So. Der Gang. Der Gang. Der einzig wahre. Da sind Löcher an der Decke. Schick, schick, schick. Und Pfützen. Ja, mein Gott. Was willst du denn? Halt mal die Klinge hier. Kein Problem, oder? Zack und weg. Oh, da kommt der Nächste. Wow. Freundchen, das mag ich nicht. Na also, wir haben also auch schön gekombo'd jetzt. Und jetzt können wir noch den da direkt mitnehmen. Hoch mit dir und ab mit ihnen. Zack. Hoch damit und raus mit ihnen. Voll Energie und fertig ist die Krieg-Infanterie. So. Können wir irgendwas von diesen röhren Dingern rein? Nein. Nee, das ist nur Deku. Ach gut, sonst hast du unten eingezeichnet, das Weg. Hm. Okay, langer Gang. Nichts. Langer Gang. Dann wohl da lang. Da geht's rechts rein. Das ist eine Ausbeugung. Ich kann sie ganz genau sehen. Oh, Viecher. Wow. Ich dash da einfach mal furcht. Dreimal in die Reihen oder so. Oh, hab ich ihn abgebrochen. Gerade noch so. Da wollte er mich hauen. Ich kann böse werden. Aber ich werde nicht böse werden. Nein, nein, nein. Ich werde einfach hier ihn packen und zernichten. So. Und jetzt. Schnell, ich hab ihn hier. Ah, noch falsch. Ich wollte euch die anderen töten. Egal. Tod ist Tod. Ist der da hinten größer? Oh mein Gott. Es ist Magma, man. Oh, du. Handle this, Bitch. Ich werde dich vernichten. Ich bin froh und böse. Und renne. Als würdest du es ausmachen, weißt du? Scheißegal, Bitch. So. Tod. Ja, ja, ja. Let's handle this shit. Okay. Und da ist Wasser. Dankeschön für diese Information. Ich würde gern in diese Ausbeulung. Da ist bestimmt was Tolles drin. Ein Teil der Abgrundrüstung. Da, 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 da. Auch da ist ein Loch in der Decke. In der Decke, in der Wand. Lebensenergie. Nehme ich gern. So. Jetzt muss ich kurz gucken. Okay, alles klar. Und abtauchen. Da kommen den Fisch entgegen. Kein Problem. Den hacken wir auseinander. Die sind ja One Hits mittlerweile. Oder waren es schon immer One Hits? Ich weiß es gar nicht. Ich muss mal gucken, wie, wie es meine Erfahrung, meine Erfahrung gibt auf der Klinge. Seit ich dieses Ding reingemacht habe. Anscheinend kriege ich ja weniger Schaden. Oh, mir, mir steigt bald die Sense auf. Das ist ganz cool. Dann soll ich halt mit der Sense meine Leute töten. Ah, bevor ich jetzt hier hochgehe, ich doch nochmal ganz kurz umgucken, nicht, dass ich irgendwas verpasst habe. Und? Ne, ne, ne. Okay, alles klar. Weiter geht's. Ich trigger den RB-Knopf. Wahrscheinlich hört ihr es vollkommen, wie ich den RB-Knopf draufhämmer. Wie mir egal ist da. Aufwärts. Und? So. Wo sind wir jetzt? Waren wir schon mal? Nein, das ist ein neuer Raum. Da brauchen wir einen Schlüssel. Terminal A. Okay. Und da ist direkt wieder Wasser. Ja, gut. Das waren so einzige Lösungen, die wir gerade haben. Ist da runter zu gehen. Bisschen tiefer. Ne, doch nicht. Sagen wir so aus. So, und wo sind wir jetzt? Da geht's runter. Da sind Viecher. Ich kann keine Sense schwingen unter Wasser. Dann bräuchte ich jetzt gar nicht getroffen. Ich wollte eigentlich nicht mehr Sense töten. Ähm. Auf der Höhe. Ops. Ach, der lebt noch. Geht's nicht weiter. Da ist so, äh, was nach hinten wegdrückt. Also müssen wir jetzt hier lang. Das ist der einzige Weg, der jetzt noch offen steht momentan. Gibt's ja nicht, nicht groß eine andere Wahl. Und dann können wir da lang oder da hoch. Ich geh mal da hoch. Da ist anscheinend nur eine kleine Ausbeutung. Jawohl. Hoffentlich der Schlüssel, den wir suchen. Und es ist Schnitter. Diese Erwartung, wie wir die Anzahl an Seelen, die von der schlagenden Feinde eingesammelt werden. Nice. Dann packen wir doch... Schnitter passt gut da rein irgendwie, oder? Was macht momentan das Ding? Ah, ja. Behindertes Teil. Also. Schnitter mal da rein. Wie sieht Schnitter aus? Lila. Okay, alles klar. Ich warte noch auf diese eine geile Erweiterung. Ich warte noch nicht welche. Aber da ist eine, die hat mir echt geholfen. Vor allem auf der Sense. Ähm. Wo muss ich lang? Ich geh mal da lang. So. Und dann da hoch. Ja gut, mehr Optionen hab ich ja gerade nicht. Aha, da ist eine Kiste. Da ist ein Zornkern drin wahrscheinlich. Jupp. Und damit haben wir einen Zornkern komplett und bekommen ein weiteres Zorn. Äh. Zorn. Separee. Ein Separee für Le Zorn. Le Zorn. Okay. Da ist ein Schalter, den drücken wir. Und der stellt die Turbine aus. Das heißt, wir können durch diesen Eingang durchschwimmen. Sehr gut. Dün, 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 dün. Ho. Das war da in dem Fall. Oh, Viecher sind zurückgekehrt. Viecher are back. Back in the town. In the hood. Irgendwo da bist du. Ich weiß es ganz genau. So. Und dann bin ich irritiert und schwimme weiter in diese Richtung. So. Ich glaube, ich muss nochmal aus dem Wasser raus. Ah. Doch nicht. Nein, muss nicht. Jetzt komm, treff ihn halt. Oh, er hat mir Schaden gemacht. Das werde ich ihm nicht verzeihen. An derselben Stelle, wie ich vor Schaden genommen habe. An derselben Stelle wie? War das richtig? Nein, ich glaube nicht. So. Was haben wir da drin? Wo ich den Schlüssel? Oder? 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 Jawohl. Okay, jetzt fragt ihr euch, warum haben sie nicht einfach mit der Hilfe des Schalters die Tür aufgehen lassen, wo man den Schlüssel brauchen würde und dann hätte man einfach auch da durchgehen können und hätte sich den Weg gespart. Ganz einfach, weil das Spiel mir sagt, du kannst diese Turbinen abschalten. Das ist ein Mittel, um den Spieler was beizubringen, wenn ihr euch jetzt fragt, was ich rede. Also, mal ganz kurz hier, Spieldesign für Anfänger, ja? Ähm, ich habe jetzt, ich wollte hier, du musst hier durch und habe einen Schalter aktiviert, mit dem ich irgendwo hinkam, wo der Schlüssel war, mit dem ich dann hier durch bin. Jetzt kann man sich fragen, warum war nicht einfach hier irgendwie so ein Tor und der Schalter hätte gemacht, dass es hier aufgeht. Ganz einfach, weil dann hätte ich als Spieler nicht mitbekommen, dass ich über den Schalter diese Turbinen abschalten kann. Und hätte mich immer noch gefragt, so was muss ich tun, um da durchs Wasser durchschwimmen zu können? Brauche ich ein Item? Das ist eben so ein Entwickler-Trick. Okay, hier sieht es aus, als würden wir bald eine Waffe bekommen. Denn, das ist jetzt nur eine Waffe-Kiste. Wir haben Tremor-Handschuhe. Ein Kampfhandschuhe, der alles erbeben lässt, wenn er aufklagen wird. Zum Aufklagen, also bis zum Drücken. Okay. Der, das ist jetzt unsere, ähm, unsere Klinge. Unseren Schnitter, sozusagen. Dann möchte ich aber doch ganz gerne Folgendes tun. Dann möchte ich gerne auf dich mehr Schaden legen und auf dich Seelen sammeln. So. So, dann weiche ich mir das mal aus kurz. Nein, 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 nein. Dritt mich nicht. Hau mit dem Handschuh. Das ist ihm kalt. Der Handschuh ist ihm scheißegal. Der Handschuh macht gar nichts gegen ihn. Oh ja, genau. Schickt mir noch mehr kleine Minions. Oh Mann. Egal, ich mach hau. Oh, ich mach nicht. Oh, ich mach nicht. Oh, ich mach nicht. Oh, ich mach nicht. I don't like you. Bam. Und jetzt reiten wir ihn zu Tode. Geil, ich kann ihn steuern dabei. Oh, doch nicht zu Tode geritten. Oh mein Gott. Und wir haben ihn wieder. Zack. Jawohl, ja. Alle Jungs gehen einfach drauf hier. Zack. Kopf weg. Und dann. Bye, bye. So. Alles klar. Auf die Sente zu wechseln ist ein bisschen unsinnig. Weil. Ich werde die Handschuh oft brauchen, aber ich werde die jetzt ganz kurz noch nehmen, damit ich, äh, wie kriege ich die mal ausgerüstet? Hä? Damit ich eben die, das Level noch kriege für die Sense. Wie kann ich die, wie kann ich die Sense ausrüsten? Ich weiß es nicht mehr. Wie kann ich die Sense ausrüsten? Ich habe es vergessen. Es bleibt nichts anderes dabei. Wir müssen leider jetzt hier die, den Handschuh drin lassen und Leute durch die Gegend schleudern. Das wäre es gar nicht. Aber wir müssen hier eh gerade einen Cut machen. Sieh ich gerade, das passt ja. Wunderbar, wir haben keine Mittelgegner hier besiegt und das Tor geht auf und alles. Kommt mal mehr Gegner raus, was ist denn da los? Egal. Oh mein Gott, wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich. Bis gleich.